Herzlich willkommen hier heute im Studio. Wir möchten Ihnen mit einigen kleinen Use-Case-Videos zeigen, was Sie mit der SAP Business Technology Plattform in Ihrem Unternehmen tatsächlich verändern können und auch optimieren können. Und dafür habe ich heute im Studio zwei Gäste bei mir, den Jakob und den Konstantin. Was habt ihr uns heute für einen spannenden Case mitgebracht? Ja, also ein großer Kunde von uns, der weltweit agiert, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, er bräuchte quasi, um Rechnung freigeben zu können, von uns eine Lösung. Und zwar hat er schon in seinem bestehenden ECC-System, also SAP ERP-System, eine Rechnungsfreigabe-Drittanbieter-Software. Die funktioniert aber eben nur in der SAP GUI und jetzt braucht er quasi unsere Unterstützung, um das Ganze mobil nutzen zu können, von überall aus in der Welt. Okay, spannend. Das heißt, wenn du sagst mobil, ist es ihm vor allen Dingen dann wahrscheinlich wichtig, von unterwegs, von überall einfach gerade Rechnungen freigeben zu können, ohne dafür vor Ort sein zu müssen. Genau. Perfekt. Ja, welche Anforderungen genau nochmal im Detail stellte der Kunde an euch? Ja, wir haben ein paar Herausforderungen tatsächlich, weil der Kunde gesagt hat, er will halt keinen VPN nutzen, sondern er will wirklich überall ganz unkompliziert reingehen. Dann eine sehr hohe Usability. Es sollte einfach zu bedienen sein. Es sollte auf unterschiedliche Endgeräte funktionieren. Ja, und da kam dann dementsprechend die Business Technology Plattform in Frage, weil wir da ohne Probleme mobile Applikationen mit SAP GUI 5 entwickeln konnten, von überall den Zugriff haben. Ja, sowas vom Technischen. Sehr schön. Das heißt, wenn du auch sagst UX, dass man vor allen Dingen wahrscheinlich auch mit Fiori-Oberfläche das alles ansprechender und natürlich von der Usability auch viel, viel einfacher sein sollte. Genau. Um da hinzukommen, haben wir mit dem Kunden verschiedene Workshops gemacht zur Vorbereitung. Wir haben verschiedene UX-Methoden eingesetzt, um einfach genau zu erfahren, was sind die tatsächlichen Anforderungen, was wollen die Anwender wirklich mit dieser Applikation machen. Haben dann zum Beispiel mit dem Kunden zusammen in den Workshops Scribbles erstellt, also so ein bisschen Handzeichnungen gemacht, wie die Oberfläche hinterher aussehen könnte. Da kamen ganz gute Ergebnisse auch bei raus. Und daran konnten wir dann erkennen, was sind sozusagen die Prioritäten innerhalb der Anforderungen und konnten die dann entsprechend kundengerecht umsetzen. Aber das heißt, der Kunde braucht jetzt keine künstlerischen Fähigkeiten, um solche Scribbles zu machen? Nein, gar nicht. Okay, sehr gut. Das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Und wenn ihr sagt, ihr habt diese App gebaut, wie genau habt ihr das am Ende umgesetzt mit der BTP? Ja, also letztendlich, wir haben, wie Jakob schon gerade gesagt hat, die Scribbles genommen, haben dann erstmal Mockups gemacht, dass der Kunde ein bisschen mehr in der Hand hatte und einen interaktiven Prototypen hat, wo er auch mal rechts links klicken kann, dass er einfach ein bisschen das Gespür dafür bekommen hat. Da haben wir dann auch festgestellt, ein paar Sachen passten noch nicht. Wir mussten ein paar Sachen nochmal umändern, weil der Prozess dann doch ein bisschen anders war. Und das konnten wir letztendlich dann wirklich eins zu eins in SAPUI5, also mit Fiori runterprogrammieren, mit einem Business Application Studio. Das ist ja die IDE in der Business Technology Plattform. Ja, letztendlich dann runterprogrammiert, dem Kunden immer wieder gegeben zum Testen, verschiedene Features nochmal angepasst, dann kamen auch nochmal ein, zwei andere Anforderungen und am Schluss das Ganze dann in der BTP auch live gesetzt in der SAP Workzone. Die SAP Workzone ist ja quasi, um einen zentralen Einstieg auch in diese App ermöglichen zu können für das ganze Unternehmen, oder? Genau, also dieser Kunde hat verschiedene Applikationen inzwischen, die er auf der BTP laufen hat und hat eben die Workzone als zentralen Einstieg, wie du gesagt hast. Man sieht also verschiedene Kacheln nebeneinander, verschiedene Applikationen und je nachdem, welche Berechtigungen dann die Anwender und Anwenderinnen haben, können sie dann eben daraus starten und auch unsere Rechnungsfreigabe-App starten. Ja, super spannend. Da war der Kunde wahrscheinlich sehr zufrieden, hoffentlich, und nutzt die App auch fleißig. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide, dass ihr uns kurz und knackig den Case vorgestellt habt. Und ja, liebe Kunden und Interessenten, wenn sie noch Lust haben, mehr über die BTP und spannende News Cases zu erfahren, gucken Sie sich gerne noch die anderen Videos an. Wir haben nachher so fünf Minuten wirklich brauchbares Material und eine halbe Stunde nur. Ein dummes Palabra, das sind immer unsere Meetings. Aber die fünf Minuten sind dafür richtig wertvoll. Eben. Oh, Sinn. Okay. Hör auf zu lachen. Du machst mich fertig. Ich kann nicht. Das ist mir leid. Wenn ich so etwas hab, dann... Wie kriegt ihr eigentlich Arbeit zu schaffen? Gar nicht. Das ist unser Trick. Okay, jetzt weine ich. Entschuldigung. Entschuldigung. BTP ist so schön. Das ist so ein emotionales Thema für mich. Das ist so eine Rechnungsfreigabe. Ja, also ein sehr großer Kunde von uns, den ich auch mag. Den ich auch mag. Siehst du, das passiert, wenn ich nicht denke. Vor allen Dingen schön im Hintergrund, dass wir halt wissen, dass es... Ihr macht das nur extra, um mich zu ärgern. Wenn wir den Anfang nicht lassen und du fragst mich einfach direkt... Das war echt gut. Das war wirklich gut. Ja. Wirklich.